So, liebe deinen Rennpferdfreunde, alles auf Horst, Freunde, das war das Rennen von King's Hollow hier auf dem Grafenberg. Ein dritter Platz zum Aufgalopp, genau so sollte es sein, er sollte hier Luft holen nach der Absage in Lyon, da sehen wir ihn nochmal mit Trainer Sascha Smirczek und ja, ist ausgerissen, konnte das Tempo nicht ganz halten. Dritter Platz, gut Geld verdient, wir sind froh und glücklich und jetzt geht es am 29.05. nach Straßburg. nach Frankreich.